hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video diesmal nicht nur zur playstation 5 sondern auch zum pc denn ja seit der ankündigung der ps5 pro für 800 euro beziehungsweise dann mit laufwerk und vertikalen ständer für 950 euro sind natürlich pc preisregionen erreicht und die kommentare gibt es immer öfter und immer häufiger kauft jedoch ein pc oder auch gerne umgekehrt und natürlich ist das auch eine option für den ein oder anderen eventuell von der konsole auf den pc umzusteigen oder auch genau andersherum das ganze zu machen und ich werde jetzt heute versuchen mit euch das ganze ja eigentlich so neutral wie immer zu beleuchten die vor und die nachteile damit jeder wirklich für sich selber die entscheidung treffen kann ist das vielleicht der moment für mich auf dem pc umzusteigen um dort nur noch zu spielen oder aber ist die konsole sogar für mich das richtige es ist eigentlich ein vergleich der auch sage ich mal nicht unbedingt so auf der hand liegt denn es sind schon zwei sehr verschiedene dinge muss man definitiv sagen ein pc ohne konsole ich meine das weiß jeder auf dem pc gibt es halt einfach so viel mehr andere dinge die man tun kann sage ich mal textverarbeitung im websurfen wie auch immer da gibt es also wirklich zig dinge die ein pc zusätzlich zur konsole kann aber was die beiden natürlich vereint auf beiden kann man sehr sehr gut spielen und das macht natürlich dann eine gewisse nähe und dementsprechend auch die möglichkeit das ganze zu entscheiden ja oder nein ganz kurz zu meinem background dahinter dass ihr wisst dass ich euch nicht hier müll erzähle ich selbst habe informationstechnik studiert habe ja jahrelang als redakteur bei einem bekannten spiele magazin gearbeitet habe dort dann auch die spiele server betreut und mache auch heute immer noch pc betreuung also ich habe so ein bisschen ahnung von pc ist auf jeden fall was ich aber definitiv nicht mehr habe ist so diese entwicklung von spielen auf dem pc also sprich also die benötigte hardware dahinter die upgrade zyklen wirklich so ganz genau zu wissen wann ich wo wie am besten upgrade das ist einfach dem geschuldet dass ich schon sehr sehr lange auf die konsole umgestiegen bin und das habe ich damals gemacht wegen scheetern das war mein grund warum ich weg bin vom pc ganz einfach ich habe gesagt ich habe spiele server betreut dadurch habe ich dann halt auch gesehen wie wahnsinnig leicht und einfach das ist sheet zu installieren auf dem pc mit installer und allem drumherum und da war mir das irgendwann zu doof als ich gesehen habe was geht da hatte ich da keinen bock mehr drauf und ja auch auf der konsole gibt es möglichkeiten bitte erwähnt jetzt nicht unten in den kommentaren denn sie sind wirklich rar und das ist das schöne daran soviel zum vorfeld also man kann auf beiden zocken pc wie gesagt man kann textverarbeitung und co machen ist dann eventuell hat ein zugewinn den man hat wenn man nicht sowieso schon diese ganzen sachen er vielleicht heutzutage auf dem tablet macht auf dem chromebook oder halt auf dem mac oder wie auch immer da gibt es ja nun auch zig varianten was man auf alle fälle sagen muss finde ich bevor ein konsolenspieler auf dem pc umsteigt er sollte eine gewisse technik affinität auf jeden fall mitbringen auf jeden fall mitbringen denn ein pc brauchen wir nicht darüber zu reden ist komplizierter ist komplexer als eine konsole da ist glaube ich gar keine frage offen windows selbst ist dort oft eine zumutung als betriebssystem finde ich persönlich wobei ich dann microsoft ein ganz kleines bisschen in schutz nehme ich meine es gibt auch so viele tausende von konfigurationen das ist natürlich dann nicht leicht dort was auf die bühne zu bringen was dann wirklich immer einwandfrei läuft den preis haben wir eben gerade schon angesprochen gehabt bei der ps5 beim pc nicht ich hatte aber bereits ein video dazu gemacht da ist man eigentlich sag ich mal doch relativ gut zu dem ergebnis gekommen man muss schon so 1200 euro ausgeben um auf dem niveau einer ps5 pro zu spielen die konsole ist noch nicht draußen das ist alles noch so ein bisschen natürlich in den sternen das ist so ein bisschen in die glaskugel gucken aber im großen ganzen nachdem was bisher bekannt ist kann man davon ungefähr ausgehen dass man sich ein pc um die 1200 euro zusammenstellen würde ich würde beinahe sogar fast auf 1500 hochgehen aber damit ist man dann natürlich auch wieder gut gerüstet was man bei diesen ganzen beispielrechnungen die man ja momentan auch viele im netz sieht und überall in social media und co sieht oder meinetwegen gamestar und co ihre vergleichs pcs bauen was immer ausgelassen wird ist maus tastatur der echte zocker kauft sich da nicht das maus und tastatur set für 30 euro da ist es dann schon eine razer oder sonst irgendwas und eine mechanische tastatur wo man auch noch mal richtig geld ausgeben kann also aber es kommt generell maus und tastatur auf alle fälle oben drauf ein mikrofon muss irgendwie her wenn wir dann online spielen wollen und uns mit menschen unterhalten möchten dann noch ein controller damit man halt auch kontrollerspiele spielen kann oder besser gesagt hat um den vergleich natürlich zu einer konsole zu haben und der monitor ist so eine sache da weiß ich immer nicht ob man den wirklich noch mit rein rechnen sollte weil wenn ich den monitor auch noch angehe dann kann ich auch noch generell den ton angehen denn 80 90 95 prozent der monitore hören sich einfach grottig an da spielt kein mensch drauf und dementsprechend kommt dann entweder ein headset ran oder vernünftige boxen und ein tv da kann man den ton immer ertragen auf alle fälle und diese sind teilweise auch einfach sehr gut dann hat man sowieso vielleicht eine soundbar dran von vornherein schon also das ist man beim preislichen muss man da auf alle fälle noch diese sachen schon so klein wenig mit einberechnen jetzt kommen wir natürlich zum bequemlichkeitsfaktor das ist ja immer wieder der der konsole groß angerechnet wird und der natürlich auch seine berechtigung hat wir beginnen erst einmal ganz ganz am anfang ich marschiere rein den nächsten mediamarkt schnappe mir eine ps5 aus dem regal gehe nach hause schließe die an erstelle mein account und bin fertig ich bin komplett spielbereit mehr brauche ich nicht zu tun konsole kaufen hdmi anschließen psn account erstellen spiel runterladen zocken das ist es beim pc ist es schon so am besten ich mache mich erst mal ein zwei drei wochen schlau dass ich weiß welche komponenten ich kaufen sollte und kaufe am besten keinen von der stange zum glück gibt es mittlerweile genug pc händler die einem auch anbieten die individuelle konfiguration fertig zusammenzubauen wenn man sich das selber nicht zutraut und bekommt dann halt wirklich einen vernünftigen gaming pc nach hause geschickt der dann schon mal vor eingerichtet ist und natürlich wie gesagt alle komponenten verbaut sind dann installieren wir erst besser gesagt wir installieren nicht windows windows ist zur hälfte installiert dann fragt uns windows zehn zwölf mal ob wir all unsere privaten daten denn nicht gerne an microsoft schicken möchten da sagen wir tausendmal nein dann startet irgendwann windows nach dem dritten update endlich neu so jetzt will ich mir erstmal fünf den browser installieren weil mit es will keiner leben dann fragt mich jetzt noch zehnmal ob ich nicht eventuell meine ganzen privaten daten an microsoft geben möchte und dann habe ich endlich chrome drauf und wenn ich chrome dann drauf habe oder firefox oder opera dann installiere ich steam und dann kann es praktisch schon losgehen ich weiß jetzt nicht ganz genau da muss ich ein bisschen jetzt raten ob man heutzutage noch team speak oder discord oder sonst was nutzt für den sprach chat ich gehe mal von aus ja also installiere ich noch mal teamspeak oder discord und dann mache ich noch mal wahrscheinlich ein update weil dann windows mittlerweile dann gemerkt hat oh mensch ich habe ja updates und wenn man die gemacht hat neu gestartet hat dann fällt windows auf oh da gibt es noch mehr updates die machen wir jetzt gleich mal also es ist natürlich ein längerer weg das ganze losgeht und das ist jetzt wirklich leute rein objektiv betrachtet aus jahrelanger erfahrung und ich denke ich kenne das ganz genauso man muss an der stelle mal so ein bisschen ehrlich zu sich sein und das ist auch beim couch gaming dann natürlich das nächste wo wir sind vom punkt her vom bequemlichkeitsfaktor und auch da habe ich viele kommentare gelesen hey wenn du den pc richtig einrichtest dann ist das genau ist dasselbe erlebnis wie mit der konsole dann gibt es aber auch leute schreiben ich kaufe mir ein couch master wusste ich überhaupt gar nicht was das ist das gibt couch master ist sowas wie so ein kissen was man sich auf die ja über die beine legt wo man dann bequem tastatur und maus bedienen kann damit man das dann halt auch auf der couch dann im notfall nutzen kann denn es wird immer wieder und auch da bitte liebe pc spieler seid ehrlich zu euch selbst es wird immer wieder gründe geben wo man dann doch noch mal tastatur und maus benötigt sei es das windows gerade sagt jetzt möchte ich ein update machen oder es kommt irgendeine andere dumme abfrage die man gerade nicht haben wollte muss man kurz mit der maus draufklicken und ja muss man kurz mit der maus draufklicken ich weiß nicht ob es da vielleicht tools gibt die wirklich zu 100 prozent dafür sorgen dass man das komplett dann auch über den controller machen könnte da muss ich passen könnt ihr gerne unten reinschreiben wenn das möglich sein sollte aber wie gesagt ich denke im großen ganzen wird es immer wieder ab und zu mal ein punkt geben haben auch einige leute geschrieben ich denke mal das passt damit kommen wir zum nächsten punkt der spiele auswahl und bei der spiele auswahl hat der pc ganz klar ganz weit die nase vorne denn die spiele auswahl ist einfach riesengroß es gibt tausend in die spiele also nicht nur tausend es gibt noch mehr es gibt kleine spiele es gibt alte spiele es gibt emulatoren es gibt den game pass wenn ihr möchtet auf dem pc es gibt ganz ganz viele spiele sage ich mal world of warcraft was einfach nur zu bedienen ist mit maus und tastatur weil mit der konsole macht das also mit dem controller macht das null sinn oder auch diablo zum beispiel kann ich sehr sehr gut auf der konsole spielen aber auf dem pc weil dort halt tastatur und maus zur verfügung ist habe ich das ganze noch mal bequemer auf jeden fall ich kann noch zusätzliche daten abfragen die ich auf der konsole gar nicht sehe wie viel ip habe ich in der letzten stunde verdient kann ich gar nicht ablesen weil es für mich kein maus fall gibt womit ich mein über meine erfahrungsbalken her rüber gehe also da ist definitiv der pc ganz ganz weit vorne bei der auswahl der spiele dann kann ich mods installieren oder halt ich nutze auch sachen wie sheet engine um mir in irgendeinem spiel ganz viel geld single player spiel ganz viel geld aufs konto zu packen weil ich keinen bock habe jetzt ewig zu gründen und spiel halt einfach das spiel auf die art und weise wie es mir spaß macht der negativpunkt sind natürlich die exklusiv spiele god of war ragnarök jetzt erst gekommen auf dem pc ich rede gar nicht von gta 6 wissen wir alle das sind natürlich sachen da muss ich auf dem pc entweder ewig warten oder ich bekomme sie gar nicht das ist ein kleiner nachteil was ein kleiner nachteil also für mich ist das natürlich persönlichen riesen nachteil wenn ich dann halt solche wirklichen zum großen teil top spiele erst ganz ganz spät spielen kann ja wenn wir von spielen reden dann kommen wir zu den spielpreisen denn auf dem pc ist alles so viel günstiger es ist auf dem pc günstiger das auf jeden fall man darf jetzt natürlich die anschaufungskosten nicht unbedingt mit reinrechnen weil sonst wird aus dem ganzen wieder so eine sache na lohnt sich das wirklich da kommt es wirklich darauf an wie viele spiele kaufe ich denn überhaupt im jahre kaufe ich ein zwei drei und dann habe ich natürlich lange nicht die mehrkosten für die anschaufung des pcs heraus die muss man ja immer berechnen dass diese mehrkosten ja auch wieder rein bekommen muss selbst dann wenn ich meine 72 euro im jahr für ps plus halle um cloud speicher und online game zu haben hier ist auch wieder von spieler zu spieler unterschiedlich brauche ich denn ps plus also ich meine abgesehen davon dass ich ein paar spiele damit natürlich auch noch geschenkt bekomme jeden monat sondern brauche ich sind überhaupt nicht spiele ich online spiele ich nicht dann brauche ich kein ps plus cloud save ja ist nett ich ich persönlich als guide mache habe schon oft benötigt und war froh darüber es zu haben aber der normale spieler braucht es doch gar nicht sind wir doch mal ehrlich und wenn ich dann von konsole a also von ps4 auf ps5 umziehe dann ja dann werden die daten übertragen da gemein ist es genauso mit rüber eigentlich braucht man den cloud save nicht das bedeutet es gibt viele spieler draußen die halt diese 72 euro im jahr nicht für ps plus ausgeben müssen das muss man mit berechnen so ich habe mir jetzt mal ein paar spiele geschnappt zum glück habe ich dieses video schon seit einer woche in der mache und habe ja leider auf meinem anderen ipad in einer anderen ja auf einer anderen software die hier gar nicht drauf hat meine erste liste weil da war der vorteil für den pc nicht so riesengroß wie er jetzt hier ist weil hier ist da wirklich sehr groß geworden da habe ich halt pech gehabt die spiele die ich ausgewählt hatte das ist einfach nur direkt was mir einfach in den kopf gerade kommt anspiel und da waren einfach viele auch im ps store gerade im angebot da war dann der unterschied nicht so kommen ich habe spiele genommen sage ich mal hogwarts legacy resident evil 4 baldos geht diablo 4 cyberpunk jacked alliance god of war also das ist so die spiele auswahl die ich getroffen habe habe dabei steam und den epic game store berücksichtigt habe also dort jeweils die günstigsten preise genommen verglichen dann mit dem ps store und dann kam summa summarum heraus eine ersparnis bei diesen 14 spielen von 167 euro also ich habe die spiele auf dem pc erhalten für 167 euro weniger das ist natürlich auf alle fälle auch eine gute summe aber 167 euro selbst wenn wir jetzt noch ps plus oben drauf rechnen mit 72 dann ist das immer noch nicht an der stelle angekommen wo wir die mehrkosten die wir bei der anschaffung des pcs haben rechnen können einen weiteren kostenpunkt haben wir auch noch auf der liste das sind die upgrade kosten die upgrade kosten würde ich pro pc packen eigentlich ganz einfach deswegen wie gedacht das ist genau das thema wo ich nicht so hundertprozentig auf dem laufenden bin wie oft muss ich upgraden ich weiß dass es definitiv nicht mehr so oft ist wie früher früher war es so dass man in den laden gegangen hat sich eine neue grafikkarte gekauft hat sich gefreut die bolle ist nach hause hat die in den rechner reingeschraubt und hat dann festgestellt oh scheiße schon wieder veraltet das war früher wirklich so schlimm aus den zeiten sind wir zum glück lange lange raus pcs machen sehr sehr lange ihren job ehe sie ja dann aufgrund von neuen spielen und co dann nach dem upgrade schreien und da kann man natürlich auch gerne 1500 euro für eine gtx 50 90 ist glaube ich geplant der preis von 1500 euro nach den ersten leaks die ich jetzt gesehen habe also da kann man viel viel geld lassen wie viel geld man dann wirklich reinstecken muss nach wie vielen jahren muss ich euch schuldig bleiben das kann ich wirklich nicht ganz genau abwägen aber auf alle fälle ist es natürlich der fall dass ich beim pc upgraden kann was ich bei der konsole nur machen kann wenn ich jetzt zum beispiel abgabe indem ich eine pro kaufe und dann halt 800 euro für das upgrade ausgebe nach summe x an jahren und das ist eigentlich schon alles an unterschieden die mir persönlich eingefallen sind wie gesagt ich habe über dieses video echt eine ganze woche nachgedacht mindestens eine woche und habe da versucht wirklich alle aspekte zu beleuchten abschließend fällt mir nur ein es gibt auch leute die wollen einfach konsole spielen lasst sie doch manche möchten halt einfach konsole spielen weil sie ist halt einfach diesen couch faktor einfach extrem wichtig für sich nehmen was ich auch total verstehen kann die einfach bock haben nach hause zu gehen die konsole einzuschalten dann keine ahnung 10 15 minuten irgendwas spielen ganz easy peasy wenn man möchte hier in die party rein mit ein paar kumpels da eine party rein mit ein paar kumpels und das war's und die anderen wiederum die möchten halt erstmal ihren pc starten feststellen oh scheiße ich habe nur ein paar minuten aber gerade jetzt hat ausgerechnet windows update gemacht ich habe vergessen rechtzeitig auf den knopf zu klicken für bitte jetzt nicht machen sondern heute nacht und solche sachen passieren halt oder es gab halt ein update und danach läuft irgendwas nicht dafür gibt es ja diese pc foren die voll sind von oben bis unten mit problemen die halt immer wieder auftreten können und wenn man diese probleme vermeiden möchte die immer wieder auftreten können ist man einfach mit der konsole auf der sicheren seite muss man ganz offen glaube ich zugeben und ich hoffe dass das auch wirklich jetzt von mir neutral für euch rüber kam ich habe es wirklich probiert da keinerlei vorbehalte irgendwie zu haben ich meine ich habe auch gar keine abgesehen davon in dem sinne hoffe ich auf alle fälle das video hat euch geholfen entscheidung zu treffen für euch persönlich indem ihr mal die ganzen vor und nachteile gesehen habt gegeneinander gegenüber gestellt und so entscheiden könnte was das richtig für euch ist ich danke euch fürs vorbeisein über eure regen kommentare würde ich mich sehr freuen ich sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer godi